Ja, was ist das denn? Dieser Palast ist innen ja noch größer. Nein, jetzt nicht abschrecken lassen. Nur noch ein kleines Stück Blaze. Du bist so ein altes Weichei. Äh, Ocelot wollte ich gerade sagen. Ecelo. Ah, Moment. Habe ich hier nicht sogar das eine Herzteil noch bekommen? Wartet mal. Also hier gibt es auf alle Fälle noch was. Okay, einmal hier hoch. Was hätten wir hier? Ja, jetzt den Kompass, ne? Das ist ja auch irgendwo so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, ein bisschen spät dafür. Die Frage ist natürlich auch, wie weit geht der Dungeon noch? So, da komme ich nur von oben hin. Okay. Dann gehen wir doch mal einen Stock weg höher. Und fallen vielleicht hier gleich wieder nach unten? Kann das sein? Ne. Aber probieren muss man es. So, und was hätten wir hier oben? Äh, warte mal. Hier muss ich mich nach unten fallen lassen. Au, heiß, heiß, heiß. Oh, nö. Nö. Ich sollte vielleicht da doch den Bumerang lieber auspacken. Oh, jetzt hier auch nochmal alles. So. Dieses Feuer, dieses Feuer, es nervt einfach nur. Puh, das ist so anstrengend. Das ist anstrengend. So. No, nö. Okay. Springen wir, springen wir einfach erstmal hier runter. Und haben hier einen kleinen Schlüssel gefunden. Und nehmen wir uns die drei Herzen noch mit. Okay. Na, wo ist der Eingang? Hier. Ich möchte aber trotzdem noch gucken. Äh, wir könnten mal hier einen Blick riskieren. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Aber ich möchte noch kurz nachsehen, was hier oben ist. Nein, nein, nein. Hääääh. Grausam. Echt grausam. Mann, 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 Mann. Darf ich jetzt hier vielleicht durch? Aber hier geht's ja gar nicht durch, ne? Hier ist ja nichts aufgegangen. Okay. Und dann müssen wir doch wohl hier durch. Einen anderen Weg haben wir ja nicht. So, da ist doch noch so einer gewesen. Das war jetzt schlecht. Okay. Das heißt, ich muss immer einen freilassen dazwischen. Ach, nicht den Bungerang schmeißen. Oh, sowas Mieses. Ich hab's aber heute auch. So. Geht doch. Muss ich denn hier überhaupt schon hin? Das ist natürlich die nächste Frage. Oder muss ich zuerst mit dem, mit dem Schlüssel hier irgendwas machen? Kiste. Noch ein Schlüssel. Okay, das heißt, wir hätten zwei. Wir kommen hier wieder raus. Okay. Ach ja, ach ja. Au. Äh, wisst ihr was? Kann ich nicht gleich hier rüber? Probier das jetzt nochmal. Ne. Na. Haben wir's jetzt bald. Oh. Ähm, mich würde mir was interessieren. Und zwar, was ist hier links? Nix. Sind wir schön einmal im Kreis geflogen. Na, rückwärts geht's auch. So, einmal hier rein. Also, viele Bömbchen dürfen jetzt hier nicht mehr sein. Oh, einmal hier rüber. Oh, verpasst. No. Meine armen Herzen. Sie gehen flöten. Komm ich da noch rüber? Aber gerade noch so. Hör mal, ist hier nicht, ist hier nicht das Herzteil? Ne. Da geht's nur wieder zurück, ne? Irgendwo hier muss noch ein Herzteil sein. Lass los! Die machen aber auch Schaden, ne? Ah, okay. Mhm, mhm, mhm. Ach, hier, okay. Gesterbten, nein. Aber sowas fang gar nicht. Mit dem brauchst du hier gar nicht anfangen. So, da unten ging's ja auch weiter, oder? Okay, da kann man sich runterfallen lassen. Ich teste das Ganze jetzt mal kurz. Ah, Moment. Oh, Moment. Doch nicht. Oder ist hier nur der Teleporter? Ne, ne Kiste. Oh, wo ist hier? Wartet mal. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Ähm, ja. Hier vielleicht? Nein, ich möchte nicht brennen und runterfallen. Okay, hier gibt's ne Kiste. Dungeon-Karte erhalten. Oh, ne, nicht hier. Kann ich euch nicht vielleicht auch so ein bisschen? Ja. Aber dann treffe ich euch nicht mehr. Geh weg! Kusch! Fuhu aus! Oh, 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 oh. Na, nein! Mann, du! Ach, du schon wieder? Ja. Wo geht's denn dahin? Oh, ein grünes Glücksfragment. Das ist ja mal nice. Ah, ne, hier ging's irgendwo zu dem Herzteil. Er müsste irgendwo... Ich glaube, ich weiß es noch. Äh, komm. Euch, euch stecken wir mal in Flammen. So, ich glaube, dass hier der Durchgang irgendwo war. So. Na, guck mal. Ha! Hab ich das Ding doch noch gefunden. Ähm. Ich möchte mich nie runterfallen lassen. Oh, ist das... Naja. Ist jetzt nicht so tragisch. Geh bloß weg, du! Feuer, du! So, hier oben konnte ich ja nix mehr machen. Nein. Ähm. Hätte ich das Ding gebraucht? Japp, hätte ich. Ich hoffe, das Ding ist wieder da. Ja. So, komm. Geh mal da rüber. Genauso und nicht anders. Da bräuchte ich einen Schlüssel. Ich hab sogar einen Schlüssel. Da komme ich nicht hin. Da muss ich mich nach unten fallen lassen. Ja. Das war mir irgendwo klar. Geh weg! Teleporter. Okay. Das heißt, wir müssen hier den Schlüssel sogar benutzen, um weiterzukommen. Okay. Hört doch auf, mit mir zu kuscheln. Möchte ich nicht haben. Nein, 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 nein. Hier stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Okay. Meine armen Herzen. Hört auf jetzt. Okay, dann sind wir hier. Und wenn ich mich nicht täusche. So, hier machen wir gleich mal auf, dass wir den Weg nicht nochmal laufen müssen. Jep. Aber dafür habe ich keinen Schlüssel dabei. Dafür haben wir keinen Schlüssel. Okay, da erst runter, wenn wir Schlüssel haben. Und ein bisschen weiter links muss irgendwie noch was sein, wo ich dann runterspringen kann. Kusch. Habe ich mir hier nicht irgendwo aufgemacht? Nee. So. Aber hier habe ich mir aufgemacht. Und das ist natürlich wieder zu. Wie soll es auch anders sein? Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. So. Oh no. Ach so, ich darf den, der darf nicht angehen. Aha. Also hier durchmogeln, sozusagen. Verstehe ich schon. Ja, ja, wir machen das schon. So, Kiste. Und da haben wir auch den kleinen Schlüssel, den wir wahrscheinlich bald brauchen. Das heißt, einmal wieder zurück. Aua. Ihr seid aber auch fies, ne? So. Zack, einmal aufmachen. Nein, 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 nein. Na, mir raus. Auf jetzt zu schmeißen. Oh Gott. Ja, Leute, aber ich sehe eh schon wieder von der Zeit her, ne? Ich werde hier mal einen ganz kurzen Cut machen. Und werde natürlich auch speichern und alles. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Legend of Zelda The Minish Cap.